Reden. Manche Zuschauer trauen uns da offenbar Schlechtes zu. Sie denken, wir seien an Panikmacher interessiert und bauschten wieder besseres Wissen Themen wie Schweinegrippe oder Ozonloch oder eben zur Zeit den Klimawandel auf. Vielleicht, weil es der Quote hilft. Also erstens, der Quote hilft es nicht. Unsere Medienforscher messen fast Sekunden genau, wo Menschen zuschalten und wo ab. Und deshalb wissen wir, dass man mit solchen Themen sicher keine Zuschauer einfängt. Uns geht es wirklich um die Sache. Und wenn an unserem Redaktionstisch die Themen der nächsten Sendung diskutiert werden, dann spielen Glaubwürdigkeit oder besser noch die Angst, sie zu verlieren, eine riesengroße Rolle. Wir wollen uns in keinem Fall in eine Kampagne einspannen lassen. Bei der Debatte über Sinn und Unsinn des sogenannten Klimagipfels jetzt in Kopenhagen kam einer mit dem Stichwort Waldsterben. Das war doch auch mal ein Riesenthema Anfang der 80er Jahre. Vielleicht war das ja auch eine aufgebauschte Öko-Geschichte. Der Wald steht schließlich noch, wie jeder sehen kann.